Mit Law? Ehm mit Hass. Buhrenhass. Mit Kohlenstamm. Das kann nicht dauern. Keine Angst, der geht in die Rippen. Ich brauche einen Kogler. Jawohl, von mir gehen die Kanonen-Kogeln auch nicht aus. Das ist ja gar kein Auftrag. Das ist ja richtig öde, die ganze Dinge eigentlich. Naja. Die Barriere ist beschert. Alter, wie viel Pflanzen ist. Jetzt haben wir eine Kanonen-Kogeln weg. Lade rein Prinzessin, ich mach das. Ist ja eine Wasserschelle jetzt eigentlich da oben gekommen. Ich weiß nicht. Was? Ja, der ist unten. Schießen wir drauf einmal. 180 Schaden. Aue. Ja, was ist mit dem Drachensperr? Nein, ich will ihn auslösen. Ist ja gerade gestanden. Ich weiß ja nicht, wo du ihn auslösen kannst. Musst du da oben hopfen irgendwann? Ja, auf dem Boden. Dann kommt da der Hebel und dann kannst du. Aber jetzt ist keiner da. Okay. Lass mich nicht. Ist ja gerade gestanden, ich kann ihn auslösen. Der hat gerade gerät davon. Ich schreie doch nicht so. Ich schreie doch nicht so. Die Sequenz überspringen geht jetzt nicht. Komisch. Wie? Wo ist denn Kamm? Ist sicher ein Kamm dabei. Einen hab ich, ja? Kein Kamm. Nein, zwei, zwei! Einen hab ich, einen hab ich. Drei! Sind nebenan, oder? Alles nehmen, alles! Schatzsammler. Alles nehmen, ja. 3780. Ist so komisch, jetzt kriege ich mehr als vorher. Wir müssen mehr Spuren vom geheimnisvollen Monster finden. Wir sollten alle Regionen abklappen. Du kannst dich auf eine Expedition oder eine optionale Quest begeben. Triff deine Wahl. Ob ich's jetzt verlaunter dann? Servus, oder wie hat er? Die hat ihm da was geschickt. Savas. Muss ich schreiben, hey, Savas, das heißt Servus. Servus. Warte, ich schau einmal. Ich geh mir jetzt den Kopf kaufen. Den Kopf? Am richtigen. Hier. Jetzt geht's ab. Wo ist denn die Schmiede? Die Schmiede Hermine. Oh, ich seh, du kannst einen Kopf schmieden. Ja, ja. So, Sora. Ausrüstung schmieden. So. Eini da. Bei mir geht's jetzt genau aus. Ist er fertig? So, jetzt geh ich speichern. Bevor die ganze Kacke weg ist. So, speichern, speichern. Hebridos, ich hab's geschockt. Ja, bin ein wunderbarer Schmetterling. Ja. Ich hab eine Ausrüstung. Zeig mir dein Bein. Jetzt geh wir auf, ich da Versammlungsstätte gehen wir auf. Schau mal, was da los ist. Ich muss wieder oben drücken. Jetzt geht die Ausrüstung auch gleich verbessern. Da oben ist ja wer. Der Kevin ist da. Der Kevin? Der Kevin hat irgendein komisches Symbol neben ihm. Weiß er? Ein rotes. Der ist schon auf Max. Auf Stufe 1. Kannst gar nicht erhöhen. Die Rüstung nicht, na? Na. Aber kommt das nachher wieder, oder? Ja, wahrscheinlich, ja. Mit Denker. Aber warum ist denn meine Rüstung weiß? Ist der nicht rot nochmal? Wollen wir ihn nicht einführen oder so? Muss ich mal schauen. Okay Partner, wir müssen mehr Spuren vom geheimnisvollen Monster finden. Ja, du musst deine Spuren. Wir sollten alle Regionen abklappern. Du kannst dich auf eine Expedition oder eine optionale Quest begeben. Triff deine Wahl. Wie ist denn das gegangen? Wird sie die Ausrüstung ändern? Na? Einfärben, ne? Da war ich nicht. Schau, Angriffsboost plus 2, okay. Bombardier. Explosionsangriff. Probier auf 3. Bombardier auf 3. Angriffsboost. War ein Stöpsel. Hm. Superwaffe. Kräftigen erhalten. Aha. Moment einmal. Moment einmal. Gehen wir nicht blöd. Ja. Feuerangriff ist jetzt auch nicht unbedingt sinnvoll. Hm. Es geht gar nicht. Was hab ich da? Was hab ich da? Bombardier auf 1. Besser die Stahl-Axt. Ne. Was hab ich da? Okay. Hm. Da, also da ist man dafür. Hm. Einen Knochenpaar. Habe ich das weiter machen können. Tankriffsboost 1 gilt nicht der Segen 1. Hm. Jetzt ist halt die Frage, wenn ich mal einen anderen schaue, mal einen anderen Schmieden. Hm. Dann haben wir zuerst mal Multiplica-Ausrüstung da, ne? Ja. Da haben wir ja auch diese Equip-Drohung, wie es ausschaut. Ja. Ja. So. Bestätigen. Diabolo-Bomben. Aha. Oh. Oh. Scheide. Oh. Ausrüst. Ausrüst. Ja. Wir haben es Hohen. Das krieg ich wahrscheinlich jetzt erst noch einer. So. Und ich hab noch dieses... Das hat mein... Äh... Atalos hat 16 und 14. Äh. Und... 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 Für den Mai käfer wird natürlich am besten. Ja. Ich hab ihn nicht. Ich hab ihn nicht. Aber ich hab... Monsterbrühe und... Omni-Player-Beutel. Ich weiss noch. Zora... Johnny-Player. Ja. Mamas Hall. Das ist eh wurscht. Na. Das hab ich nicht. Okay. Keine Puppe. Alles war eine Puppe. So. Ah wohl. Jagra-Set hab ich jetzt neu dazu gekriegt. Ja. Das hab ich. So. Talismane. Die haben alle nichts Besonderes. Nein. Ich weiss noch nicht. Da ist der, was man da kriegt. Durch das Bono-Ding. Weil man das kauft. Am besten. Weil der hat zumindest zwei Angriffs-Boost und... Und Verteidigung. Ja. Oder... Ja. Ebenfalls. Ich glaub Besondheit oder Verteidigung ist. Weil Meistersammler zur Lega-Profi braviert und bedingt jetzt irgendwie... Ja. Das sind alles so... Klar. Oder Grillspießmeister. Ich weiss noch, was das bringt. Ja. Meister Fischer. Aber der kannst ja in mir aufstufen, oder? Der kannst ja in mir aufstufen, oder? Ich meine... Der kannst ja aufstufen, oder? Der steht ja bei mir immer Stufe 1. Ja, der schon, ja. Genau. Du kannst ja aufstufen. Aber Dungmeister... Willst du ein Dungmeister sein? Ja. Das ist halt nur die Frage, weil dann könnte ich halt... Dann würde ich schon den Angriffs-Ding nehmen. Ich hätte gern so ein Doppeldingseffekt-Ding, ne? Aber... Helden-Dart. Kein Helden-Dart eigentlich, weiß ich nicht. Genau. Angriffs-Boost. Das ist ja wieder bei den Schwachen dabei, ne? Super Waffe. Wenn das ist schon... Wenn das ist schon... Brauche ich überhaupt nicht. Handwerk, ja. Ja. Obwohl, da hätte ich Jäger-Lebenthal. Ich meine, Grillspieß-Meister und Meisterfischer. Ich meine... Hm. Das ist... Meister-Sammler-Zerleger-Profi, ja. Ich hoffe, die werden irgendwann besser. Angriffs-Boost. Na, aber... Den würde ich mir beim Angriff... Das natürlich... ...wieder gleichlosen. Dafür würde die göttlichen Dägen halt abfallen. Das hätte ich dann nicht mehr. Ja. Aber ich könnte meinen Angriff dadurch erhöhen, wenn ich's... Hm. Ich probier das jetzt einmal aus, wie das ist, wenn ich's dann steigern... Beteiligern bloß 10, aber Minus-Affinität. Hm. Ja, das... Das ist immer so eine Sache. Mein Bein hat jetzt auch Minus-Affinität. Das ist ja der Crit, aber dafür hat sie halt einen viel höheren Angriff, ne? Ja, das ist das, ne? Ein sexueller Preisk, oder was er das jetzt hat. Exklusions-Element hat sie halt. Das ist die Sache. Ja, und wo kann ich jetzt dann das... Also da... Man muss sich auf die Talismatik verbessern. Oder? Ausrüstung vom Schmied, also... Verbessern... Ja, schauen wir mal, wie das tut. Kann ich jetzt... Die Ringe... äh, die Schmuck hab ich ja schon drinnen. Frost... Angriff... Verteidigungs-Boost... Drachenknochen-Relikt-Nova-Kristall... Wenn ich ihn auf Stufe 2 bringen will, hab ich nicht am... Ich hab hochwertige... Ich hab das alles andere hab, aber das hab ich natürlich nicht. Ja, dann... Leck mich mit dem Arsch. Einiger Booster. Gut verladen. Aber immerhin hab ich das Set. Das schaut aber eh recht cool aus. Donnerschutz-Mantel auch schon. Lebenskraft-Mantel. Chili-Mantel. Kleitermantel. Banditen-Mantel. Wasserschutz-Mantel. Ja, genau. Das Set schaut eigentlich ganz cool aus. Es ist nicht so übertrieben. Ne. Ja, dann hab ich das. Das ist... Das ist halt die Frage, was man als nächstes... Oh, klar. Dass man Radian-Spuren müssen wir suchen, ne? Die optionale Quäste, so, Marc, das wurde freigeschalten. Ja, das haben wir die ganze Zeit gemacht, ne? Ach so, ja. Ja, das... Beute Züge... ...hab ich noch... ...untersuchungen... Ah ja, gegen Dobi. Ah ja, gegen Dobi. Ja, auch noch. Töte Vespoide, also... Das sind jetzt... Die... Die Hochen. Ja. Da kriegst Bonusgeld über 6000, Alter. Ah je. Weißt du, das ist halt auch nicht schlecht, wenn du das alleinst. Wenn du das so gemütlich machst, dann auch nicht. Dann haust du da die Dinger rein, den Gutschein. Ne. Und dann... Ja. Ah, beim Aufgabenhäftl, das ist wieder voll. Ja, bei mir... Ich has das, das check nicht. Ne. Bei mir ist es nicht abgeschlossen, aber dann in Silber oder was, keine Ahnung. Du kannst es immer wiederholen. Ja, das schon, aber... Warum die anderen eingefärbt sind, dass die anderen... Fange den da, fange des da, fange des. Fange groß Gyro, zieh übernübers nicht. Dungeon hab ich da. Ja, jage die Abfluss. Töte Schamos. Töte Schamhaft. Das sind da so eine Sagen, oder? Da kriegst 5000, Alter. Da hast du mit deinem Gutschein, hast du gar mal 10.000, oder? Ne. Da musst du immer schauen. Ja. Das ist halt alles nicht so einfach. Der Bokeh, Bokeh mit 7200, ne? Ne. So, was tun wir noch weg? Warum ist das Wappen mit dem Zwarer drin da, das versteh ich nicht. Was heißt das? Irgendwo schon so gut drinnen bleiben, oder so, weil ich das oft gemacht hab, oder irgendwie was nicht? Ich geh mal zu den Dings, genau, zu den... ...haberer da, ne? Monstertypen. Deinen Bücherfuzzi da. Pucke, Pucke, so. Dann hab ich bei den Splats gemacht wieder. Hallo? Ja. Ja? Okay, Pucke, Pucke, würde ich aktuell sehen. Zwarer Magdaraus ist auf 4. Der große Jagrasat, der geht bis 6 auf, Alter. Die gehen bis 6, Alter. Alter. Ja, lag mir am Arsch. Ich muss den Juriathus, müssen die auch machen. Besondere Untersuchung. Ratti. Den Balloumi, den hab ich nicht einmal auf 3, Alter. Hahahaha. Ja, den hab ich jetzt auch. Ja, den hab ich jetzt auch. Und Radar-Banner, weil jetzt... ...Rattihan ist auch der große Gyros auf die Fahrt. Ich riech, dass das Plüsch-Ding da... Ja, der war ja... Zwarer ist jetzt bei mir 4. Da hab ich einen Unbekannten drin, den hab ich gar nicht. Achso, und der Ratti auch nicht. Wie 3 Fragezeichen. Super. Wie 3 Fragezeichen. Da geht's eigentlich. Aber die sind cool. Justus Jonas. Genau, ja. Ja, schon. Bob Andrew. Der Dings, nicht? Der, der... Spencer. Ja. Kirin. Da geht ja bis 6 auf, Alter. Diablo plus 6, halt. Verforschung, nicht? Ja, Alter, ey. Wo ist der Lexikon? Schauen wir mal. Gucke. Aha. Belohnung hoch. Okay. Schuppe plus. So. Mr. Debridus Eternus. Was ist denn da los da? Warte mal. Ich gucke auch mal was. Normalerweise müsste ich da was stellen, ne? Von Kamm. Geil, gell? Für das kriege ich jedes Mal jetzt 20.000, Alter. Ich weiß gar nicht, wie viel ich jetzt hab. Wo kann das jetzt noch schauen? Ja, nein, bei der Jagdquest meine ich das. Achso, ja. Ja, ja. Ja, ich weiß nicht, machen wir das noch einmal? Ja. Weil das Geld ist... Stinkt nicht, ne? Nicht schlecht. Und wir müssen die Sachen ausprobieren, ne? Das ist ein Misch. Dann nehm ich den Gutschein. Ja. Und wir müssen sowieso ein bisschen herumschauen. Vielleicht finden wir wieder was vom Rathianer, ne? Oder Rathalos. Ja. Weil es geht sowieso noch über jetzt Quests oder eine Art Freies erforschen, ne? Ich meine... Also dann muss man das ausgeschrieben haben jetzt. 115.000 hab ich jetzt so. Ist unter Untersuchung. Du bist beitreten. Ich trete. Treten. Dann... Das ist Fuhlen. Nein, das nehm ich. Nehm ich einen Einser und einen Gutschein. Ich hab nehm ich einen Gutschein auch. Ja. Ja, da kriegst du ja... Ja. Aber ich glaub, die lohnen sich besser, die Quests, ne? Ja, da kriegst du halt gar keine... Und den Bonus-Dinger da, ne? Die... Spezial-Dinger. An Items. Naja, schauen wir mal. Ja. So. Mal was essen gehen. Wo ist denn da die Bar? Da da hinten. Was? Er hat mich jetzt fallen lassen am halben Weg. Was? Ja, ich bin jetzt eh gewandert. Okay. Ja. Warum? Wieso? Passiert denn mir sowas? War's zu schwer? Ich hab gesagt, nein, mag ich nicht mehr. Was soll ich sagen, kann ich immer nur mir passieren. Fängt das nicht gut. Wieso passiert dir das nicht? Wieso muss ich da jetzt? Ja. Verstehe ich nicht. Musst du halt warten. Nein, ich spiel nicht mehr. Hört's auf. Ja. Quitt. Quitt das Game, Alter. Ja, will Tournament spielen! Nein! Wo ist jetzt die Escape-Taste? Scheiße, jetzt kannst du gar nicht los machen, der. Das wird ja nie alt. Der Herkules-Beats, ne? Ja. Ja, sowas. Ja. Aber ich find's... Ja, Musik geht's auch nicht so geil aus. Nein. Er sucht immer Dings, ne? Nichts gegen ihr, ne? Nix gegen ihr, ne? Ja. Schöner Barocken und so, hat's echt schön. Ich kann's ja nicht sagen, aber die Musik... Ja, es ist halt nicht meins, gell? Nein. Ich mein, das muss dir gefallen, ist ja klar. Ich mein, ich bin jetzt auch nicht der größte Hip-Hop-Fan. Ja. Du bist ja so mit der Bushida ganz dicker, ne? Hast du ein paar Dickste geimpftiert und so, ne? Ja, ja, ja. Schau! Ich hab was vom Rathian wiedergefunden. Ja. Ja, ja, ich bin ja ganzer Dicker vom Bushida, ja? Ne. Tja, ne? Was singt er? In meinem Blog? Oder so? Oder ist das der Andere? Oder ist das der Andere? Das ist der Andere mit den Masken gewesen. Ja, da, siehst du, wie du mich auskennen hast. Was hat's denn ich für Viecher? Ja, normal. Das sind die Mokwais da. Er muss aufpassen, ich geh in die an. Ja, ja, ich schau, die Mokken grad da. Die sind der Maroni, weißt du, die geben echt Gas. Die schreien da grad. Auwe, jetzt haben sie mich angekommen. Jetzt hab ich angekommen. Jetzt hab ich angekommen. Ja, aber schau. Ich find da von ihm leider Sachen. Und der alte Schuppe ist da noch von ihm. Ja, wo bist denn du? Jetzt muss ich mal schauen, wo du bist. Du musst dich markieren. Der Vogel hat mich da rausgeschmissen, ich weiss nicht. Das bin ich selber. Pass auf, bei dir ist der Buckei in der Nähe. Ja, ich muss erst die Schuppe aufheben. Dann kann ich mich mit dem Buckei spielen. Wie schuppen von genauer. Buckei, du musst warten. Ich hab nur Fußspuren dreckig gekriegt. Ja, ich hab da jetzt schön gekriegt. Da waren ein paar Sachen. Von dem Radian da. Ja. Wo ist denn? Wo ist denn? Wo ist denn? Ja, ich hab mich schon gesehen. Hallo! Schön. Gut, ach, du kleine Monster. Ich vergesen essen, glaub ich. Ja, das ist ganz schlecht. Das tut nichts zur Sache. Ja, ich kann nur Fußspuren nehmen. Mann, es läuft ja wieder weg. Das ist mit dem Viech da vorne. Oh! Die Flügel sind schon neben. Gehen wir! Ja, nicht schreien. Ich bin ja am Hauen. Ein im Flügel, den braucht ihr nicht mehr. So. Ein paar Kreisler machen wir. Und dann wechseln. Raupen. Wieso piepst du denn da immer so? Ping. Aber er hat mir Gift gegeben. Ja, ist ja gut. Gehen wir! Kannst du ein bisschen ablenken? Ja, natürlich. Die Lenke. Ich bin nämlich damisch. Ich kann mich nicht bewegen. Ha, 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 ha. Das hast du so gedacht. Na, du. Huhn-Hund, du. Donderkäfer. Jetzt kommt der auch noch. Schau. Der Dicke kommt der andere. Äh, ich hab gerade seinen Fußspuren gefunden. Der ist gerade essen gewesen. Da ist einer. Ihr vielleicht kämpft da mit ihm. Wir brauchen ja beide. Ja. So. Also, ich hab gedacht, der hat dann gefreisen. Weil er einmal weg war. Großjahrgras-Material. Jawohl, jawohl. Die tun schon was gegenseitig. Jaja. Was hat er denn da? Wie, du hat da mal Material zusammengekommen. Ja. Hallo. Du sollst den anderen anvisieren. Ich versteck mich da. Ach, fliegt er jetzt fort? Dann können wir ihn mal haben. Nö. Dann fau'n wir halt ihn mal bewegen jetzt. Ja. Damit er auch schon was kriegt. Er braucht's ja eh. Das ist ein Blatt dabei. Nein, die Blutten. Oh, wei, wei. Ich komm nicht zum Stich gerade. Das ist ein Ballballer. Yeah. Häh? So. Boah, da ist er 3.80 halt da. Wasommt er denn da? Falle hinterm? Was hab ich da... Es ist einfach nicht mehr. Ja da. Ich hab' das fliegt nieder raus. Der schmuckst da raus. Der schmuck je jetzt. Ja, ich mach da dein Puzzle-Bahn. Ich seh ich nichts mehr. Ja, mein Gerl-Monster. Ich seh ich nichts mehr. Geh weg einmal von mir, was ist denn da los? Er rollt immer eine bei mir. Jaaa! Gehen wir! Ich habe keinen Hals. Ich komme einfach nicht dazu, dass ich mein Ding fertig mache. Ich habe nichts mehr. Er haut mir mal wie vorher, denn ich bin schon wieder Damage. Ja, jetzt rollt er davon, hörst du die Frage jetzt aus? Was ist denn da? Dann gebe ich dir halt einmal von hinten. Jaaa, hast du das gesehen? Jaaa, hast du das gesehen? Nein, Puzzle! Prämier jetzt! So! Okay, naja mal! Jetzt muss er mal sparen, oder? Kann es ja nicht sein. Ehh! Komma! Jetzt ist er wohl die Wur. Alles ist draußen! Jetzt ist alles hinten! Ich bin da! Jaaa, hast du gerne noch eine gekriegt am Schaar! Ohohohoho! Jetzt geht er! Da händel ich Material, ne? Jaa! Jaa, hab ich gesehen! Aufgelaben! Da! Was liegt da? Stern! Federn! Da lässt ihn! Da ist das! Sooo! Ich geh mal ein bisschen anschärfen da mal! Genau! Jaaa! Also ich muss den Pucker erst einmal... ...oder den Jager... ...nach kann ich den Pucker erst einmal... ...oder den Jager... ...oder der Jager ist näher! Jaaa! Jaaa! Gleich da hinten! So! Ich folge! Ist da! Sehr gut! Nein, weil der ist ja gleich um die Ecken jetzt! Gehen nicht den anderen zu! Obwohl der Pucker ist ja um die Ecken! Die sind nicht früher bei den anderen, die zwei! Ne! Sonst nur! Oder? Jaa! Ah der ist oberhalb! Ich bin unten drinnen jetzt! Er hat ober Fussspuren! Jaa! Er ist... ...da drinnen! Er schläft schon, Alter! Er hat ja wirklich schein kassiert, wenn er jetzt schon liegt! Nööö! Hallooo! Bis morgen! Jaa! Mein Freund! Intibieren! Der ist schon vorbei, ne? Bis selber! Die gehen ja rucki zucki, Alter! Mit der Jagie sowieso, ne? Jaa! Jaa! Da gibt es keinen Unterschied zum anderen! Nein! Aber das Looten dauert gleich lang! Jaa! Jaa wer weiß, Alter! Wie die anderen werden! Schöne die anderen schon zu! Was man da mögen! Jaa! Bloß! Dann, Alter! Haha! Jaa! Was ist da jetzt gewesen? Ist da mit euch? Jaa! Die spinnen schon wieder! Jaa! Die sind jetzt mit einem Schlag schon hin, oder? Jaa! Zum Teil halt! Jaa! 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 Ist da eins nur verkauft! нужn wir Communication einfach nur verkauft, ne? Jaa! Okay, da haben wir noch Knochen... Hochwertige Knochen, jaa! Ich eigentlich gar nicht Morris... Ah, da ist einer. Nein, einen Drachenknochen hab ich gekriegt. Ja? Ein Drachenknochen-Relikt, ja? Okay, den hab ich noch nicht gehabt. Der ist mir neu. Hm, Fußspuren. Dann schneiden wir noch die Jagas da auf, ne? Weil er braucht seine Haut nicht mehr, ich sehe hin. Er braucht seine Haut nicht mehr. Ihm wird nicht mehr geholt. So! Hoppala! Dann machen wir das auch, ne? Wo ist denn der andere jetzt? Okay! Ah, da unten ist er beim Viererplatz. Beim Vierer. Wo wir vorher waren. Er ist wieder zum Anfang zurückgekommen. Er sucht ihn schon. Ah, die schwelzen einmal auch. Ja, stimmt. Ah, jetzt wird's welzen, jetzt ist das... Welzen muss jetzt aber auch nicht mehr so, jetzt ist das besser. Ja, das ist erschärfer, ne? Das macht die Rüstung. Das geht ja noch ins blaue Bereich rein und so, ne? Das wird ja noch eine andere Forte. Ja, keiner. Das soll ich noch nicht sein. Bei meinen anderen Waffen, da ist blau nachher, ne? Und da geht er ins grüne rein. Ja, auch nicht schlecht. Hallo! Da ist er. Da bin ich. Nein, darf ich? Es tut weh, haha. Nein. Scheiße. Keine Angst, Kollege. Fürchte dich nicht. Oh, ey. Hoppala. Wo läuft denn hin wieder? Ich bin mitten im Ding, hörst du. Wo er hin rennt, da ist kein Schwein da hinten. Was ist denn da? Ich bin mal schnell aufs Schwanz. So. Ich hau mal eine da und mich sperr. Ja, jetzt ist er schreckt. Schwanzerle ist schon da. Ne, es liegt da. Passt. Ja, jetzt kassiert er schon. Bester Zeppert. Ja, das geht schon einig jetzt. Einmal ins Crash. Ja. Der haut ab jetzt, oder? Ja, aber das ist okay, doch. Ja, so. Ich schmeiß nur mal rein. Was auf jetzt auf. Gäme. Was geht da aus? Der kann flüchten jetzt. Ja. Ja. Ja.